Hallo Leute, ich habe eine Mütze gehäkelt. Ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass ich super dankbar und super berührt bin von dem, was die letzten zwei Tage auf meinem Kanal passiert ist. Ich habe so viel coole, positive Rückmeldungen gekriegt, dass jetzt gerade auch das letzte Video über die Wahrheit, die Wahrheit, Leute sehr berührt hat. Und das wiederum hat mich sehr berührt, weil ich so gemerkt habe, die Sachen, die man tut, haben halt einen Impact auf Leute. Und das wiederum hat einen Impact auf mich und in dem Fall einfach sehr, sehr schön, weil man anderen Leuten irgendwie was Gutes getan hat oder die Leute erfreut hat oder so. Das ist super schön. Und wirklich auch nochmal diese vielen verschiedenen Blickwinkel zu sehen, das war super erleuchtend für mich und total gut. Und ich bin gerade einfach sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung. Ja, ich habe so das Gefühl, mehr habe ich gerade gar nicht zu sagen. Ich muss das einfach erstmal, ich will das alles erstmal ein bisschen sacken lassen und irgendwie, ja, einfach nur das. Ich hoffe, ihr habt auch so wunderschönes Wetter, wie ich hier habe. Hier ist Sonne und Tau, es ist super schön. Dann erstmal bis bald. Tschüss.